Hier ist Manuela Starkmann und Schmuse. Ich bin Guide, Healer und Medium und meine Lebensaufgabe ist es, Dich dabei zu begleiten, Deine Klarheit und Heilung, Selbstheilung wiederzufinden. Dafür herzlich Willkommen bei meinem Podcast, Lebe Deine Klarheit und heute ist Schmuse auch wieder dabei. Ja, Samstag, 6. Februar 2021 und eben ist 7.42 Uhr. Vielleicht kennst Du es, wenn ein Mitbewohner denkt, dass Du jetzt genug geschlafen hast und weil er wach ist, wirst Du es jetzt dann doch auch von selbst. Das hatten wir heute Morgen. Kader Klarheit dachte sich, Du musst noch im Podcast über Klarheit sprechen, wach dann mal auf. Naja, und dann, wie er ja heißt oder wahrscheinlich heißt eher ich, Schmuser oder Schmusera, haben wir jetzt noch ein bisschen gekuschelt und ich habe meine Gedanken fließen lassen, was möchte ich Dir heute im Podcast erzählen und den Tag somit sehr schön beginnen lassen. Ich glaube, das ist auch schon der beste Impuls, den ich Dir heute geben kann, den Tag schön beginnen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass es immer schwieriger wird, nach einem Jahr Wahnsinn, das Ding ist jetzt bald ein Jahr alt, ne? Ist es sicher eine Herausforderung, dass der Tag schön beginnt, dass der Tag einen Sinn hat, dass das Aufstehen einen Sinn hat. Wenn ich mit großer Bestürzung wahrnehme, wie psychologische Stellen immer mehr Zahlen melden im Sinne von Menschen hinter den Zahlen, wie sich Körper, Geist und Seele verändern, dann ist es natürlich wichtig, wichtig drüber zu reden und auch von mir, von meiner Seite sozusagen als der Droide im Galischen Dorf alles zu tun, womit entweder Du selbst, weil Du selbst von betroffen bist oder weil Du Menschen kennst, die betroffen sind, einfach Liebe und Stabilität zu geben. Für mich ist es wirklich der Aspekt aufwachen. Ich glaube, es gibt einfach nur zwei Möglichkeiten. Man wacht auf und man denkt, ach du Liebescheiße oder man wacht auf und sagt, oh. Oder vielleicht kennst Du es, weil Du auch putzige Mitbewohner in Kleiner hast mit vier Beinen oder zwei Beinen, Katz, Hund, Kind, was zwar irgendwie so, ich würde jetzt eigentlich gerne noch schlafen, aber wo dann einfach so liebevolle und oder lustige Gegebenheiten sind, dass es das Leben irgendwie einfach bunter macht. Für mich ist die Erkenntnis seit Jahren und ich wache immer wieder auf und überlege, kann ich das noch verfeinern? Ich gehe damit auch in Gedanken ins Bett. Was kann ich morgen denken, fühlen, damit der Eintritt in den neuen Tag sinnvoller ist? Und ich kann Dir einfach nichts anderes an Dein Herz geben, als lass uns gemeinsam in innerer Einstellung üben. Vielleicht gelingt es Dir schon und Du sagst, ach Manuela, ich brauche da eigentlich gar nichts. Ich wache auf und die Gegebenheiten im Außensinn, wie sie sind, das ändert aber nichts an meinem Inneren, an meiner Zufriedenheit. Wenn es nicht ganz so ist, wenn Du sagst, ach ja, ein bisschen Impuls wäre schön. Für mich ist es wirklich oft, also für mich ist es oft so, dass ich wirklich aufwache und grundzufrieden bin. Ja, jetzt kannst Du zu Recht sagen, ja, aber ich bin es nicht, was soll ich denn dann machen? Ich glaube, es ist Selbstversorge und Gedankenhygiene. Da kommt der Kater auch gleich wieder vorbei. Willst Du schnuffeln oder willst Du hochkommen? Ich glaube einfach nach wie vor, dass ganz vieles wichtig ist, dass Du es inhaltlich selbst steuerst. So, inhaltlich und steuerst, das klingt jetzt sehr rational. Und es ist es auch, in dem Moment, wo Du sagst, mir geht es eher nicht gut, weil dann ist die Möglichkeit gegeben, wenn Du nicht aus Dir heraus ein Glücksgefühl, ein Gefühl der Zufriedenheit hast, dann ist es tatsächlich eher ein bewusstes Herangehen. Und in Phasen, wo ich nicht in vollkommener automatischer Zufriedenheit und Glück bin, mache ich es genauso. Also mir fliegt Glück und Zufriedenheit auch nicht permanent so. Es gibt die Phasen, wo ich sage, ich akzeptiere das, das ist einfach gerade so. Ich bin jetzt traurig. Ich bin vielleicht sogar in einem Gefühl, das ich persönlich gar nicht schätze, im Selbstmitleid und im Jammertal. Aber ich fühle dann in mich rein, ob das gerade das Pflaster ist, das mir dient. Dann muss man auch Selbstmitleid nicht wegreißen. Der Punkt ist nur, sollte man über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit in Selbstmitteln sein, dann ist es kein Hilfsmittel mehr. Also es bedeutet, es darf immer wieder auch einfach mal, siehst du, das sagt auch gleich der Ton, ja. Es darf auch mal nicht so schön sein. Es darf auch mal knirsch sein. Es darf auch mal im Außen Konflikte und Ähnliches geben. Aber als Healer und Medium ist meine Grundeinstellung, warte mal, die, dass ich sage, grundsätzlich sind wir heil. Grundsätzlich sind wir gesund in Körper, Geist und Seele. Und ein Fehlen dessen hat einfach die Aufgabe und damit auch die Gabe, die du selbst hast, es selbst in die Hand zu nehmen, da kommst du gleich wieder hoch, ne. Selbst in die Hand nehmen und zack machst du einen Sprung, ne. Du schlauer, du Katerklarheit, du. Zu sagen, okay, ich ändere das jetzt. Schau, manche Sachen, vielleicht gerade Rauchen aufhören, Ernährung ändern, war doch auch sowohl das innere Gefühl, so ist es richtig. Und dann kommt der Kopf und sagt, ja, aber so können wir es nicht. Wir sind was ganz anderes gewöhnt. Vielleicht sollten wir einfach auch bei dem bleiben, was wir gewöhnt sind. Ist doch nicht so schlimm, nach dem Essen mal eine Zigarette zu rauchen oder wenn man Ruhe braucht. Oder mal ein bisschen mehr Schokolade zu essen, weil es halt so gut schmeckt und weil man gerade so traurig ist. Ja, das ist dieses Trostpflaster. Wie das Selbstmitleid, das darf schon mal sein. Der Punkt ist nur, die Menge macht das Gift. Nicht, dass du mal ein Stück Fleisch isst, dass du, was weiß ich, ein Glas Rotwein trinkst, dass du einmal eine Zigarette brauchst. Entschuldige, ich habe mir vor lauter Begeisterung nichts zu trinken hergestellt, sondern habe gleich mit dem Podcast angefangen. Die Menge macht das Gift. Und auf eine gewisse Weise, lass es mich so klar ausdrücken, bist du der Lieferant. Und auch vom Gift, weil du steckst dir ja die Zigarette ins Gesicht oder die Schokolade. Da kommt ja keiner und sagt, hinsetzen, wenn du Glück hast, wirst du nicht gefesselt. Ansonsten ja, und dann musst du jetzt das tun. Worauf will ich hin? Ich will darauf hin, dass durch jede deiner Entscheidungen, deiner ersten Impulse aus deinem Herzen, aus deiner Klarheit heraus, dann gegen deine Lebensgewohnheiten stoßen. Und für mich ist es sehr oft, wenn ich eine Veränderung will, sehr einfach. Und genau deshalb helfe ich Menschen. Ich habe nicht lange zu tun gehabt, vom Allesfresser zum Pflanzenfresser zu werden. War keine Mühe. Ich habe es innerlich verinnerlicht. Und seit 2013 esse ich kein Fleisch oder Fisch. Und es fühlt sich für mich stimmig an. Aber es geht nicht darum, dass du dich mit mir misst, sondern es ist lediglich, schau, so kann es gehen. Schau, mir ist es gelungen und darum darf ich mir erlauben, als Guide, dir den Weg zu zeigen. Und wenn es nicht einfach automatisch geht, dann darf ich dir doch auch den Weg zeigen. Wie du leichter in eine Veränderung hineinkommst. Und an Tagen, wo ich mal nicht so rundum glücklich bin, liege ich ganz bewusst noch ein bisschen im Bett und denke drüber nach, nicht was Kacke ist, sondern was schön ist, wofür ich dankbar bin, was auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist. Und nein, wenn ich unglücklich bin und im Selbstmitleid bade, ist es nicht das sofortige Pflaster, das dafür sorgt, dass auf einmal mein Leben total glitzert. Nein, in Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Und ja, Überraschung, es vergessen so gern so viele Menschen. Auch ich bin ein Mensch. Ich habe auch nie was anderes behauptet. Ich möchte nur grundsätzlich nicht drinbleiben in meinem zum Beispiel traurig sein. Und ich habe es ja in einigen Podcasts schon erzählt. Das zweite Halbjahr 2020 war auch für mich schwer. Und es war eine Balance zwischen, es geht mir nicht gut zu, wie komme ich dahin, dass es mir besser geht. Und vieler Impulse, kurzer Sinn, es ist jeweils immer der eigene Job herauszufinden. Ist jetzt das Bad im Traurigsein und vielleicht auch im Selbstmitleid gerade richtig und heilsam, dann zerstör es bitte nicht. Dann nimm es wahr und nimm es an, dass es gerade so ist. Und wenn du auch darüber hinaus dann erkennst, jetzt ist die Menge Gift, jetzt ist es zu lang, jetzt ist es zu intensiv. Vielleicht auch in der Form zu intensiv. Ich schade mir mit bestimmten Handlungen. Schlechtes Essen, Gewaltfilme, zu viel Gauchen. Dann entweder hol dir Hilfe und oder hilf dir in deiner Selbstfürsorge selbst. Und für mich ist es wirklich wegweisend in den Tag. Und in wegweisend ist auch das Wort Weiß mit drin, im Sinne von weise handeln. Zu sagen, ich sinne jetzt mal darüber nach, was schön ist. Was ist das Gute? Was ist gerade für mich in meinem Leben noch wichtig? Ich kann es tatsächlich nur so sagen, die Tiere. Wir haben mit einem Freund, ich denke im November, ausgemacht, dass wir uns zu einem Spaziergang treffen, weil er einen neuen Hund hat. Toller Mensch von den Fotos und den kurzen Videos. Toller Hund. Und dann ist es ja im November so ein Eckchen schlechter geworden. Und wir hätten uns in der Mitte getroffen und wären dann halt irgendwie irgendwo spazieren gegangen. Und da habe ich gemerkt, das will ich gar nicht mehr. Ich meine, dass da noch nicht mal der Lockdown war, also wo man auch nicht mal irgendwo einen Kaffee trinken gehen kann, wenn man friert. Auch da in Kurzfassung. Ich habe dann gesagt, du lass uns das auf Frühling verschieben. Ich habe einfach keine Lust, irgendwo durch den Wald, durch Schnee zu stapfen, in der Pampa Pipi machen zu müssen, weil halt kein Kaffee da ist, zu frieren. Es ist irgendwie dreckig, will ich nicht. Oh, ich habe gerade das Wort Liebe in gelb gesehen. Vor mir ist meine Beschreibung vom Podcast. Und da steht ja, lebe deine Klarheit, als mein von mir entwickelter Satz. Und das Wort Liebe ist gerade gelb geworden. Das finde ich sehr interessant. Also, eventuell ist das schon auch die zweitbeste Botschaft. Offensichtlich soll ich dir sagen, lebe. Liebe, ich interpretiere, du lebst gerade nicht nach deinem Sinn. Liebe. So, zurück zu meiner Geschichte. Ich habe dann abgesagt. Und vielleicht kennst du den Part, wo ich bei meinen Eltern bin, auch irgendwann im Herbst und hier vom Tierheim Neusitz-Rotenburg, so einen kleinen Flyer sehe, dass es eben schön ist, wenn man da ein bisschen hilft, zum Beispiel mit Gassi gehen, um jetzt diesen Part nur zu benennen. Und ich dachte mir, yeah, mach ich. Und dann wurde es halt langsam Herbst. Und dann habe ich eben auch diesen Spaziergang abgesagt. Irgendwann war auch nochmal der Flyer bei uns hier Neusitz im Briefkasten. Und das ist dann für mich schon ein deutlicheres Zeichen im Sinne von, mach das. Nicht jedes Zeichen heißt, ja, tu das. Da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass du Zeichen nicht jetzt einfach erkennst und denkst, auf geht's, sondern auch in den Zeichen gibt es eine Sprache. Vielleicht machen wir da mal einen eigenen Podcast zu. Oder du stellst mir Fragen und schreibst mir einfach entweder auf meiner Homepage manuelastarkmann.com direkt unter Podcast zu dieser Folge oder unter Kontakt. Seit 2. Januar gehe ich mit den Hunden. Und am Anfang war es eine Viertelhalbe Stunde. Wurde auch gesagt, einfach nur kurz gehen. Wahrscheinlich einfach eher für mich als für den Hund. Gestern waren wir zweieinhalb Stunden unterwegs. Hier im Raum Rotenburg-Neusitz, also einfach zum Tierheim hinfahren, aussteigen, Hund holen und spazieren gehen. Und ich bin echt tal happy, weil das auch so viel Glück in mein Leben bringt. Und ich damit auch anders aufwache, als vielleicht noch vor zwei Monaten. Und vor zwei Monaten war eben noch dieses für mich verflixte 2. Halbjahr 2020. Ich habe nicht geplant, dass wir zweieinhalb Stunden gehen, sondern es wurde einfach jeden Tag mehr. Es wurde jeden Tag länger. Und ich bin bei einem Wetter raus, Schnee, Hakel ins Gesicht, Regen, wo mir dann irgendwann eingefallen ist, hey, wir hatten ja für Dezember diesen Hunde-Walk. Da habe ich abgesagt. So, kann ich Dich erreichen mit dem Subtext, den ich meine? Ich mache jetzt seit über einem Monat freiwillig, mit großer Freude und in der Quantität ansteigend, das, was ich vor zwei Monaten abgelehnt habe. Wenn ich es kann, kannst Du es auch. Gewohnheiten ändern, Sichtweisen ändern, Glaubenssätze ändern. Aha, jetzt habe ich den Titel bekommen. Ich habe nämlich die ganze Zeit die gastige Welt gefragt, was ist denn der Titel heute? Wenn ich diese Videos, Geschmack, die Podcasts so mache, wie ich sie mache, also wie ich sie gemacht habe, dann hat das einen Titel und dann weißt Du, es geht über Hochsensibilität aus dem Titel. Wie ich sie seit dem 1. November mache, also zweiter war die Veränderung in mir, ist es ein ganzer Blumenstrauß thematisch. Da ist dann der Titel oft so, ja, aber ich spreche über so viel, ich kann ja nicht alle Themen in den Titel packen. Gewohnheiten, Gewohnheitssichtweise, Glaubenssätze, da haben wir es. Also, bin ich zu subtil oder hörst Du, was ich sage? Warte mal, wir haben jetzt gerade fast 20 Minuten, da ist schon wieder so viel drin. Nein, ich erzähle nicht aus meinem Leben. Zumindest nicht nur. Schließt den Subtext auf und es ist nicht nur einer. So, was fällt mir noch auf? Ich habe im letzten Podcast gar nicht über die aktuelle Situation gesprochen. Fand ich danach total witzig. So, huch, ist gerade irgendwie gar nicht mehr auf meinem Schirm. Ist es irgendwie immer noch nicht. Es ist ein ganz großer Wandel. Ich bin in meinem inneren galischen Dorf. Ich bin in meiner Traumwelt. Ich gebe Menschen nach wie vor Guiding und Healing. Das ist ganz, ganz wichtig. Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Auch da Internet, Telefon, Handy, sei Dank, habe ich die Chance, Menschen zu helfen. Beziehungsweise haben Menschen die Chance, weil es ihnen nicht gut geht, zu mir zu kommen. Weil das Internet bietet die Möglichkeit und das Telefon, das Handy genauso. Das ist total schön und total wichtig. Und ich bin immer noch am Sinnen für mein galisches Dorf. Habe auch letztens ein Telefonat mit einem ganz lieben Menschen geführt, wo wir auch irgendwie unbewusst drüber drauf gekommen sind, wo schon wieder mal was dazu kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Plattform meines galischen Dorfes gar nicht auf Facebook oder Telegram anbiete, sondern gerade weil ich von den Menschen merke, sie brauchen Austausch, sie sind so isoliert, so einsam. Auf Facebook kann ich ja im Wesentlichen und bei Telegram kenne ich mich von der Technik nicht aus. Zwar ein Live machen, aber wer nicht dabei ist, ist halt nicht dabei. Also das möchte ich anders haben. Kaderchen nicht die Kugel schmeißen. Kommst du runter? Kommst du her? Schatzi? Nein? Du sagst nein und kommst dann trotzdem her? Willst du mal die Menschen anschnurren? Nein, du willst über den Tisch gehen, rausschauen. Schmusilein? Ich liebe den Kater. Und die Hunde, also die Hündli, ne? Da kommst du ja gleich. Krab, krab. Und die Hündli, die ich begleiten darf. Mein Gott, ist das schön. Habe ich nicht gedacht, dass ihr so viel Glück in mein Leben bringt, ne, ihr Süßen. Wieder runterspringen? Oder auf den Schoß? Vielleicht warten die Menschen schon, dass du ihnen was sagst. Noch mal in so einen schönen kleinen Schnurrberg rein. Jetzt ist er auch gerade am Spielen. Jetzt muss er feststellen, was alles unter den Papieren ist und unterm Handtuch. und eventuell wird es jetzt ein bisschen rumpsen hier nebendran. Aber auch das ist was, mein Gott, das hätte ich vor eineinhalb Jahren, hätte ich das gar nicht gewollt. Und heute bin ich da in einer Gelassenheit, wo ich sehr dankbar bin, dass diese wundervollen vierbeinigen Lehrer, die mal wieder vor dem Mikro stehen, mich gelehrt haben. So, und jetzt ist gerade mein Liebepflege-Stift dran. Und siehst du mal, jetzt habe ich ein ganz putziges Reset im Kopf. Rums. Und vor kurzem habe ich dann auch das Feedback bekommen, dass genau dieses Stoppen, weil ich mich dem Schmuser zugewendet habe, für den Zuhörer total hilfreich war, weil so viele Impulse kamen, dass es eine total stimmige Pause war. Von dem vertraue ich drauf, dass alles seinen Sinn hat. Das ist, glaube ich, eh das, was wir eh im Leben tun sollten und auch ganz besonders jetzt. Nein, ich verstehe den Sinn der aktuellen Situation nicht. Ich finde, sie hat lehrreiche Aspekte, über die ich ja auch viel im Podcast rede. über die Willkür, über, wie heißt denn das, wenn man Gesetze nicht einhält und dann sogar in der Gierung ist, also wo man ja an den Gesetzen dran ist. Das ist so, wie wenn, wie wenn jemand Diät machen verkauft und dick ist. und nur Mistfutter ist. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Du weißt, was ich meine. Ich finde es schon faszinierend. Aber ich merke, dass ich dir eher ans Herz legen möchte, bevor ich da jetzt ich recherchiere nicht so viel. Ich kann dir also auch gar nicht so viel sagen. Ich möchte dir eher ans Herz legen, dass du, dass du dich selbst noch weiter, noch querger informierst und dass du nichtsdestotrotz aber eben auch schaust, dass du nur eine bestimmte Zeit damit am Tag dich beschäftigst. also es gibt Informationsquellen, die finde ich richtig gut. Die finde ich insgesamt im Internet, die finde ich auch eben im Internet bei Telegram. Und es geht ja nicht darum, dass du dich einer Quelle komplett verschreiben sollst und sagst, die stimmt. Also weder öffentlich-rechtlichen noch Alternativen, um es mal in Kurzfassung so zu sagen. Sondern einfach, dass du dich ein bisschen, was du wahrscheinlich tust, wenn du meinen Podcast anhörst, quer informierst. Und ich möchte dir ans Herz legen, weil das habe ich auch im zweiten Halbjahr 2020 bei mir gemerkt, gib dir ein Zeitlimit. Am besten stell sogar einen Timer ein. Weil ich dann auch gemerkt habe, ich gehe irgendwie verloren, weil ich immer denke, was? Das gibt es ja gar nicht. Echt jetzt? Oh mein Gott. Und dann ist es irgendwie so weiter drin rum suchen und entsetzt sein, was Sieger aus der Geschichtsschreibung machen, wie sich das dann entwickelt, was jetzt ist. Also achte einfach wirklich, wie du deine Zeit verbringst und auch mit wem oder was. Ja, um es noch mit reinzugeben, ich bin mindestens ein Impfskeptiker. Ich habe noch nicht gelesen, dass irgendjemand sich damit gut geschützt und besser fühlt. die Gierung mindestens in Deutschland sagt ja auch, einerseits es wird keinen Unterschied geben und andererseits es wird eine Zweiklassengesellschaft geben, wo ich mir auch denke, es ist wie ein bisschen schwanger sein. Da bin ich mal gespannt, wie das geht. aber im Moment ändert sich ja auch für Geimpfte noch nicht. Das ist ja nicht, dass die jetzt ins Restaurant gehen dürfen und wir andere nicht. Es ist also spannend. Ich glaube auch gar nicht, nicht, dass das Impfen das Ziel ist, sondern das Unterdrücken der Menschen. Warum auch immer, auch da komme ich gedanklich gar nicht mit. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man Kinder und Tiere quält. Also ist halt einfach für mich nicht nachvollziehbar. Und es passiert ja wohl gerade mehr laut, was ich vorhin so leise angedeutet habe, den Zahlen von Opferstellen, wo sich Menschen hinwenden können, denen viel Leid und Gewalt passiert. Ich wünsche mir, dass du, wenn du es nicht eh schon tust, dich mit dem Thema des Impfens räumst du mir wieder alles um? Schmusi, komm mal her. Dass du dich damit beschäftigst, tust du eh. Du würdest glaube ich meinen Podcast nicht hören, wenn du ein Impf Befürworter wärst. Allgemein und besonders den, der jetzt gerade verbreitet wird. Ich kann einfach nicht nichts über Impfen sagen. Und theoretisch haben wir ja noch ein Grundgesetz über freie Meinungsäußerung. Ich weiß jetzt zu wenig über Politik und Gesetze, ob ein in Klammer Pseudo Infektion, Gesundheit, Pandemie Gesetz, ein Grundgesetz dupft, aber ich glaube nicht auf alle Ewigkeit. Ich habe letztens, wenn es nicht sogar gestern war, erst gelesen, dass unser Grundgesetz immer noch besteht. Das würde also grundsätzlich auch bedeuten, ja, ich darf meine Meinung hier äußern und du darfst deine Informationsquellen dir freisuchen, in dem Fall meinen Podcast hören, von dem hier alles richtig gemacht. Ich kann niemandem sagen, dass ich persönlich für das Impfen bin. Ich persönlich, meine Meinung ist, dass ich über was ich gleich tun werde, frischen Saft pressen, gesund essen, gut eingemummelt bei schlechtem Wetter, aber auch ansonsten, es waren ja schon ein paar Tage auch mit Sonne, eine halbe bis zweieinhalb Stunden an der Natur sein, mit Tieren beschäftigen, spielen, mit meiner inneren Selbstfürsorge beschäftigen, lesen, wenig an Bildschirmen sein, mit offenen Menschen austauschen. Das sind so meine Aspekte für Selbstheilung. Und ich finde es auch immer wieder begrüßenswert, wenn ich von Ärzten, Virologen lese. Na komm. Och komm, schau es rauf. Na komm. Hallo. Na man Süße. Willst du mal rausgehen dann? Mach mal Schluss mit dem Podcast. Schon genug Impulse drin, dass ich mal die Tür aufmache. die ja das Gleiche sagen, über sowohl die Impfung als auch, was ich viel wichtiger finde, über die Lebensweise. Ach Mensch, jetzt hätte ich es fast vergessen, vor lauter Kater gleich rausbringen. Ich freue mich total über die Resonanz, über meinen Mini-Workshop Emotionales Essen, einfach schlank sein. Die drei Teile starten am 23. Februar 2021. Und ich habe jetzt wieder Infos, wo dann Menschen mir schreiben, wie viel sie zugenommen haben. Und ich habe auch zum Beispiel die Fragen, worum geht's. Und in aller Klarheit, es ist kein Diät-Workshop. Es ist kein Abnehm-Workshop. Beides führt zu nichts, weil du beschäftigst dich erst mal so mit Essen, dass du eigentlich eher zunimmst, weil du dich gedanklich rational so mit Essen beschäftigst und gleichzeitig am Anfang erst mal abnimmst, weil du zum Beispiel Kalorien oder Punkte zählst. Aber du veränderst ja dein Verhalten und den Grund, warum du dir einen Füllstoff ins Gesicht steckst, nicht. Das heißt Jojo-Effekt bei anderen. Bei mir heißt, du hast dir einen Grund innerlich unbewusst ausgewählt, warum du emotional isst. Selbst wenn du in einer Phase Kalorien oder Punkte zählst oder nach einer bestimmten Art isst, also zum Beispiel Fasten, wobei ich Fasten gut finde, aber das war jetzt ein schlechtes Beispiel, lass mich was Besseres nehmen. Ich kenne mich mit den Dingern auch nicht aus. Ich sage jetzt mal, du isst eine Woche lang nur rote Beete, um jetzt irgendwas zu sagen, du merkst, mir fällt nichts ein. Natürlich wirst du abnehmen. Selbst wenn du keine Kalorien oder Punkte zählst, darauf will ich raus. Aber danach wirst du zunehmen, weil sich der Grund für deine Essensvorstellung nicht verändert hat. Und in meinem Mini-Workshop und der hat drei Teile, ich möchte sogar eher sagen, nur drei Teile. Darum biete ich auch an, dass man sich zwischendrin noch auch auswählen kann, ob man sich per E-Mail noch mitbetreuen lassen möchte. Da geht es um etwas ganz anderes. Es geht um die Erkenntnis, warum du isst. Und zwar nicht, wenn du Hunger hast. Und ich werde dir zeigen, wo der Unterschied ist zu Hunger ich werde dich auch aus der Abhängigkeit von wie ist mein Gewicht oder noch schlimmer dem Druck der Waage führen, weil ich das alles selber kenne. Ich weiß, wie es war, eine Waage zu haben, die nicht nur wie früher diese Wagen mit dem Zeiger, wo du von oben fast nicht wusstest, und das ist immer nur Kilo 500, Kilo 500, die Wagen machen es ja jetzt echt fies runter. Und in welcher Abhängigkeit ich da war, wenn die Waage ein paar hundert Gramm mehr angezeigt hat. Meine Fresse. Ich möchte, dass Menschen, die in dem Workshop sind, offen sind für Veränderung. Und ich fand es bei einer Frage zum Beispiel grandios, dass ein ganz lieber Mensch auch gesagt hat, ich möchte auch damit das Vorleben zu meinem Kind verändern. Und das kann ich gut verstehen, weil ich weiß jetzt nicht, ob meine Mutter beim Workshop mitmacht, ich glaube jetzt mal eher nicht. Ich bin zum Beispiel auch groß geworden mit einer Mutter, die eigentlich ständig irgendwo eine Diät gemacht hat. Also mein natürliches Essverhalten hat einfach zwei Ecken gehabt. Ein Vater, der sehr viel gegessen hat, ständig, weil auch aus dem Krieg, wo er als Kind eben war, geblieben ist, wenn man Essen bekommt, muss man reinhauen, reinhauen, reinhauen. Und einer Mutter, die neben dem, dass sie unfassbar schön ist, eben auch der Idee folgt, dass sie schlank sein muss. Und wenn ich die Bilder von meiner Mama anschaue, die war immer schlank, ich verstehe überhaupt nicht, wo sie noch abnehmen wollte. Es gibt ein Bild, da steht sie im Dirndl da, hat mich auf den Arm und ich denke mir einfach nur, das ist nicht meine Mutter, die würdest du auch als ein Schwarz-Weiß-Foto, als keine Ahnung, Sophia Loren, wobei Sophia Loren hat jetzt eine andere Form als meine Mama, meine Mama ist da ein bisschen zarter und gleichzeitig weiblich, die würdest du in Kurzfassung jetzt einfach als Filmstar anschauen. Wenn man die von außen anschaut, denkt man sich, die Frau muss doch total zufrieden sein, weil ist sie nicht schön genug, ist sie nicht schlank genug, kann nicht der ihr Thema sein, vielleicht hat sie andere Lebensthemen, die sie traurig machen, aber in ihrem äußeren Erscheinungsbild muss sie nur glücklich sein und das war meine Mama nicht und ich kann es verstehen, weil ich war es auch nicht und viele Menschen, wenn die mich anschauen, denken immer, ich sag es jetzt mal direkt, mir muss vor Glück die Sonne aus dem Arsch scheinen über meine Schönheit. Letztens hat wieder einer geschrieben, also so in dritter Person, weil es über mich woanders war und ich habe es mitbekommen, heilige Scheiße, ist die schön. Du, ich bin den Großteil meines Lebens nicht damit rumgelaufen, mich schön oder schlank zu finden, sondern im Gegenteil. und ganz besonders schlimm fand ich immer, wenn Menschen, wenn ich ihnen das überhaupt erzählt habe, nicht gesagt haben, echt, oh das tut mir leid, als Beispiel, sondern das stimmt doch gar nicht, du fischst doch gerade nur nach Komplimenten. Da hat mir jemand Lüge unterstellt, furchtbar, geht gar nicht für mich. Und von dem her weiß ich, wovon ich in dem Workshop reden werde, weil ich über das, was wir da machen, auch in so vielen Guidings gesprochen habe und dann eben für mich wirklich der Punkt kam, die Menschen sind jetzt seit Februar, März 2020 eher zu Hause, eher isoliert, eher einsam, kommen ihren inneren Glaubenssätzen durch die fehlende Ablenkung im Außen immer weniger aus, holen sich also etwas um sich zu füllen, um sich zu erfüllen und vielleicht rauchen die einen mehr oder trinken die anderen mehr oder essen die nächsten mehr und vielleicht war es im Sommer wieder ein bisschen besser, weil wir vielleicht ja im Sommer alle eher sagen, wir haben gar keine so große Lust auf schweres Essen, sondern abends ein Salätchen sozusagen, ist ganz fein, aber irgendwann kam ja trotzdem wieder der Herbst und trotzdem kam auch wieder dieses Dumpfe, dieses ich glaube Ahnen, was da passieren wird, auch wenn Benker Spahn sagt, mit dem Wissen von heute würden wir keine Friseure und kein Einzelhandel mehr schließen, man kann den Leuten ja nicht glauben, was sie sagen, ich meine alleine das war gesprochen, ich habe das gefilmt gesehen, hat es mal jemanden dem vorgehalten, um zu sagen, was ging in ihnen damals vor, haben sie wirklich nicht gewusst, was ihr geplant habt im Dezember, also waren sie so dumm oder waren sie so korrupt und haben gelogen, kurzer Ausflug, aber alleine ich habe gesagt, als nicht politisches Wesen und politisch nicht gebildetes Wesen, immer im Herbst und Winter bekommen die Menschen Erkältung, das wird verhältnismäßig normal sein, dass irgendwelche Erkältungs oder grippalen Infekte mehr werden, Erkältungen und Grippe mehr werden, die werden es umlegen auf den Zehschnupfen, die werden sich irgendwas einfallen lassen und diese zwei Jahreszeiten werden ihnen in die Hände spielen und genau so war es und dann war halt auch Weihnachten, 100 Pfennig machen auch eine Mark, sagte meine Oma und für manche kann ich total nachvollziehen, dass mit diesem eingesperrt sein das Essen einfach irgendwann überwogen hat und zwar unabhängig ob es vorher schon eine innere Wahl bei zum Beispiel Traurigkeit oder Wut war. Also manche Menschen essen nicht zu viel manche weiß ich nicht machen halt wegen mir ich bleibe ganz banal bei den Zigaretten rauchen vielleicht dann mehr aber ab einem gewissen Punkt glaube ich unabhängig ob Essen schon immer die Ausweich Möglichkeit war oder was anderes weil ich einfach von so vielen lese dass sie zugenommen haben war halt einfach auch kalt Winter Weihnachten und dieser kriegerische Wahnsinn etwas wo ich komplett nachvollziehen kann dass sich das emotionale Essen ausweitet und genau deshalb mache ich diesen Mini Workshop Mini weil drei grundsätzlich zu wenig ist und gleichzeitig ausreichend für weitergehen zu können weißt du sollst die Erkenntnisse haben du wirst auch merken wenn ich jetzt an einen Menschen denke den ich da mit dem Guiding begleiten durfte da waren ohne Diät ohne eben irgendwas zählen fünf Kilo weg weil sich einfach die Einstellung ändert weil der Griff sich zu einem Füllstoff wandelt zu einem Griff zu einem Lebensmittel Du findest unter meinen Events die Möglichkeit dich dazu anzumelden und wenn du schon dabei bist am 23. ist emotionales Essen einfach schlank sein und schon am 24. ist wieder der Übungs Zirkel der bedeutet mir sehr viel ich glaube der ist auch auch ein Teil von meinem inneren galischen Dorf mit den Menschen weil ich einfach merke was kann ich durch geführte Meditationen und Übungen der Selbstheilung dem Aktivieren der Selbstheilungskräfte bewirken ich glaube ich habe von allen Teilnehmern eine Resonanz bekommen bin jetzt gerade überlegen ob irgendjemand gefehlt hat ich glaube nicht also mindestens die Hälfte hat gesagt ich konnte wundervoll schlafen und das ist auch so ein Ding ich bekomme immer wieder mit dass die Menschen irgendwie nennen wir es Schlafstörungen haben und wenn sie bei mir waren können sie zumindest für einen bestimmten Zeitraum endlich wieder gut schlafen ich finde es immer faszinierend wenn Menschen kommen und es hilft ihnen und dann denken sie jetzt ist gut jetzt bleibe ich dann mal weg man muss ja nicht ständig zum Guiding oder Healing kommen ich sage mal einmal im Monat zum Übungs Zirkel Minimum das würde schon so viel heilsame feine Schwingungserhöhung bringen das 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 wichtig Selbst Fürsorge um aus bremsenden Gewohnheiten rauszukommen um wirklich damit auch die Sichtweise aufs Leben und auch auf das gerade im Außen befindliche Drama zu verändern um damit eben innerlich klar zu kommen und darüber hinaus wenn hemmende angstmachende Glaubenssätze abgebaut werden führt es dazu dass du mehr und mehr in deiner Klarheit bist und je mehr du in deiner Klarheit bist umso mehr findet in dir Heilung besser gesagt Selbstheilung statt das ist die Stabilität und die Basis die dir immer in deinem Leben hilft glücklich gesund und zufrieden zu sein und in einer Zeit wie diesen die wie dieser und die wird noch weiter gehen ist es ganz besonders wichtig dass du dir in dein Leben holst was dir Kraft gibt und genau dafür mache ich diesen Podcast weiter vielleicht hast du ja mit verfolgt dass ich im Dezember echt überlegt habe von den Menschen kommt keine Resonanz rede ich hier einfach nur raus oder kommt das auch wo an und dann auch durch Schmusa war ja aber vielleicht vielleicht ist es so dass die Menschen oft zum einen von alleine gar nicht auf die Idee kommen was zu schreiben und dass sie denken es interessiert dich gar nicht also so im Sinne von du hast so viel zu tun dass du gar nicht drauf guckst ja also verstehe ich ist aber mal wieder die gleiche Nummer dass Menschen mich eventuell auf ihr persönliches Podest heben wo ich andererseits persönlich weder drauf will noch drauf bin also ich habe mich da nicht hingestellt wenn das jemand macht wenn du das machst dann hol mich von dem Podest wieder runter weil damit tust du mir unrecht ich möchte das nicht ich bin ein Mensch und für mich ist Austausch genauso wichtig wie für dich das bedeutet jetzt nicht ich sag's jetzt mal auch in aller Klarheit du sollst mir einen Roman deines Lebens schreiben es geht nicht darum dass du sozusagen kostenlos Guiding bekommst weil du mit mir in Resonanz gehst das ist aber damit doch auch gar nicht gemeint sondern es ist doch damit gemeint dass du mir auf eine gewisse Weise auch zurück gibst die Info wo hat dir ein Podcast gedient oder zum Beispiel auch was an einem Event auch wenn sie gerade online sind an Themen wünschst du dir oder was möchtest du im Podcast gerne hören oder wenn ich merke es kommen viele gleichgerichtete Fragen dann ist es mal bewusst deklariert oder unbewusst in einem Podcast mit drin der lebt der lebt von unserer Gemeinschaft und anders als in Deutschland ist mein Podcast keine Diktatur im Sinne von ich sage und das ist die Wahrheit das ist richtig das wird gemacht fertig sondern in meinem galischen Dorf in meiner Traumwelt die ich mit dir gemeinsam hier imaginär erschaffe sind wir im Austausch sind wir auf Augenhöhe und ganz besonders wichtig sind wir auf Herzhöhe und Herzhöhe bedeutet Liebe Achtsamkeit Mitgefühl und Respekt und ja Dankbarkeit und Höflichkeit gehören auch noch mit dazu und wenn ich dir gerade über den Podcast indirekt bildlich gesprochen eine Tasse Tee einschenke dann würdest du doch nach dem Annehmen dessen auch Danke sagen oder schmeckt gut oder wow das ist ja die richtige Menge was weiß ich Rohrzucker weil ich in dem Fall einen reingemacht habe lass uns jetzt bitte nicht über Zucker diskutieren du weißt was ich seite da sieht so süß was ich wünsch du könnt es sehen kann ich das fotografieren warte mal oder du sagst du wünsch dir noch ein bisschen was weiß ich Zitronensaft rein so warte mal vielleicht kommt das nämlich in das Cover von dieser Folge weil der sieht einfach nur zu süß aus es liegt zwar gerade alles im Büro voll aber man sieht den Kater da würdest du doch auch mit mir sprechen und in Resonanz gehen wenn ich dir eine Tasse Tee reiche warum machst du es nicht beim Podcast warum muss ich es erst erwähnen und vielleicht sehen das andere Podcast anders also das heißt jetzt nicht habe ich nicht gesagt hast du schon gehört dass ich es nicht gesagt habe schreib jetzt allen und jedem sondern wenn wir in unserem galischen Dorf zusammen sind und ich dir etwas schenken darf über den Podcast was dir dient dann sag es doch und was auch so putzig ist dass Leute oft dazu schreiben nicht alles ist nach meinem Sinn ja natürlich ist nicht alles nach deinem Sinn also zum einen weil es vielleicht erst eine Ecke später Sinn ergibt habe ich auch oft ich glaube das höchste waren vier Jahre wo mir jemand geschrieben hat jetzt ist das angekommen was du damals gesagt hast aber mein Anspruch ist nicht dass alles sofort verstanden und umgesetzt wird es sollte demzufolge auch nicht dein Anspruch sein sondern ich freue mich einfach über Resonanz und zwar ganz einfach auf meiner Homepage unter Podcast da kannst du das Kommentarfeld beschreiben oder du schreibst im Kontakt und ja wenn du Lust hast weil es halt nun mal meine Lebensaufgabe ist dann guckst du noch unter Guiding Healing was das bedeutet was es dir bringt und unter Events um zu schauen ja ist zum Beispiel der Mini Workshop was oder auch der Übungs Zirkel und was ich jetzt auch gesehen habe von Menschen die sich zum emotionalen Essen anmelden wir werden dann emotional gemeinsam essen dass dann jemand schon gleich im Shop war und gesehen hat das sind von den drei Büchern auch noch zwei für mich gerade dran und die gehen dann heute raus die sind bestellt worden ich finde erkenne deine inneren Ratgeber sollte jeder Mensch gelesen haben die anderen beiden über die Dämlichkeiten die sind eher lustig lehrreich und lustig und über Hochsensibilität wichtig aber wenn mich einer fragt welches Buch zuerst erkenne deine inneren Ratgeber auch das hilft dir zu erkennen wo kommen deine Gewohnheiten und Glaubenssätze her um sie du musst sie erkennen um sie eliminieren zu können und dann deine Sichtweise zu verändern und zwar gar nicht anders neu sondern wobei ich Menschen helfe wieder zurück zu deiner Klarheit zu deiner inneren Urweisheit um dieses ganze Gerümpel um dich rum weg zu machen damit du der Mensch sein kannst der du wirklich bist für heute wie immer alles Liebe Gute Gesundheit und viel Klarheit Deine Frau Klarheit Manuela Stabmann Liebe Deine Klarheit Die die l her ist Vielen Dank.